moin moin leute und willkommen zu einem neuen video für mir heute stelle ich euch vor wie die neue pappe im kreativ modus bekommen könnt warum so kurze videos in der zeit kommen erkläre ich am ende des videos und ab montag kommt sehr krasser stuff liked auf jeden fall jetzt schon das video und abonniert ich habe euch lieb haut rein ich hoffe ihr habt schöne ferien und genieße zu erleben und wir sehen uns an dem video jo leute mir ist gerade ein leichter fehler unterlaufen ihr müsst wenn ihr die neue pappe kreativ kreativ auffüllen machen das ist auf jeden fall sehr wichtig weil ohne den geht einfach nicht habe ich gerade selber getestet und es steht hier auch selber also ihr gebt einfach den code hier oben oben mir ein ich werde mal kurz stehen dass ihr den sehen könnt ruhig und dann müsst ihr hier in diesem map reingehen und in diesem ressort reingehen und wenn ihr auf auffüllen macht spawnt da spawnt da viel mehr items und die chance ist 1000 prozent dass hier eine charge shotgun drinne ist also es funktioniert auf jeden fall zu 1000 prozent falls ihr mir nicht glaubt es gibt auch andere youtube videos dazu und ihr müsst auf jeden fall da steht sogar da steht sogar ich kann es in deutsch übersetzen make sure you are using creative file to opion the charge shotgun also stelle sicher dass du kreativ auffüllen gemacht hast hast du die charge also die auf auffüllen bekommen kannst also das geht leider nur im auffüllen fände ich auch ein bisschen schade aber was willst du machen was willst du machen yo yo leute das war es ganz kurzes video aber ich wollte euch einfach einfach mal zeigen wie die charge shotgun bekommen könnt und wie gesagt ab ich schwör an abo lohnt sich so hart wir haben so fette projekte für montag geplant wir haben ja am montag frei also wir haben wir bekommen sommerferien 60 tage haben wir dann frei und da produzieren wir alles top so wie früher random duos weil momentan können wir halt nicht so schnell so viel aufnehmen wegen ja wie gesagt schule und so aber in den sommerferien wird so durchgezogen da wird so facken durchgezogen ist abo lohnt sich zu 1000 prozent habt ihr echt was verpasst im leben das sage ich euch jetzt schon wir werden gewinnspiele machen alles einfach alles ein sommer gewinn spiel alles drum und dran das ist echt so wild digga na dann würde ich sagen danke fürs zuschauen auch wenns kurzes video war und hau drinnen und tschüss und tschüss und tschüss Outro 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 Outro